Hallo und schön, dass du auf meinem Kanal vorbeischaust. Ich bin der Benni und in diesem Video soll es mal um meine persönliche Top 10 Materia gehen, die mir das Leben extremst vereinfacht haben. In den Durchgang auch schwer, natürlich auch hier in den verschiedenen Bossfights auch schwer, die mir im ganzen Spiel, die mich eigentlich immer begleitet haben, mir immer weiter geholfen haben. Diese 10 Materia schauen wir uns jetzt mal an und los geht's. Die erste Materia, die ich dir empfehlen kann, ist die Elementaraffinität. Was macht die Elementaraffinität so gut? Ich persönlich habe es immer genutzt für den Durchgang, wenn ich auf dem Weg zu den Bossen war, auf schwer. Wir sind natürlich auch sehr, sehr viele normale Gegner treffen, viel auf menschliche Gegner, auf Gardisten und so weiter. Diese ganzen Gegner sind extrem anfällig gegenüber der Materia Glut und das Ganze hier verlinkt, verbunden mit der Elementaraffinität, du siehst rechts neben mir, in Waffe nochmal zusätzlicher Elementschaden von 23 Prozent, ist natürlich extrem stark. Das Schwert fängt dann hier an zu brennen, klaut Schwert, wenn man es hier so ausgerüstet hat. Man kann nochmal sehr, sehr gut zusätzlichen Damage ganz einfach verursachen. Bei den normalen Gegnern spart sich so MP, die normalen Gegner sind viel, viel schneller down. Also auf jeden Fall empfehlenswert, auch für die Bosse natürlich, wenn du hier einen Boss hast. Einige Bosse sind natürlich extremst anfällig gegenüber einer bestimmten Materia, wie Glut, Frost, Gewitter oder Luft. Dann solltest du natürlich das Ganze hier auch in die Waffe packen, beispielsweise dann mit Glut oder mit Gewitter, die Elementaraffinität verbinden. So ist natürlich dann gegebenenfalls auch der ein oder andere Boss viel, viel schneller down. Du erzielst viel, viel einfacher Schaden. Also eine extrem mächtige Materia, die ich dir für den Durchgang auf schwer auf jeden Fall empfehlen kann. Zweite Materia, die ich dir auf jeden Fall empfehlen kann, ist die Materia Barriere. Was macht die Materia so mächtig? Du siehst, auf der dritten Stufe ist der Wall anwendbar. Dadurch halbierst du den physischen und den magischen Schaden. Natürlich extremst mächtig, gerade wenn du hier einen sehr, sehr defensiven Bild hast. Vielleicht auch als Accessoire einen Seelenohrring ausgerüstet hast. Wenn du viel blockst, sehr, sehr defensiv kämpfst, immer auf deine Chance wartest. Natürlich dann in Verbindung hier die Barriere und dann, wenn du den Wall angewendet hast, nur die Hälfte des Schadens nimmst. Einige Bosse rasten hier regelrecht aus. Teilweise bleibt dir nichts anderes möglich, als mal zu blocken, viel abzuwarten, günstigen Zeitpunkt abzupassen, wo du deine Attacken ganz einfach starten kannst. Man muss hier ein bisschen leiden, gerade auf schwer gegen einige Bosse. Die Barriere hat mir oft hier den Hintern gerettet, muss ich sagen. Also extremst mächtig, kann ich dir einfach nur empfehlen. Die dritte Materie, die ich dir empfehlen kann, ist die Materia Zeit. Ich nenne sie persönlich immer meine Boss Materia. Was kannst du damit machen? Du siehst, auf der dritten Stufe ist der Stopp anwendbar. Gegen Großteil der Bosse, auch auf schwer, natürlich nicht gegen alle, kannst du hier einmal den Stopp anwenden. Du freest dann den Boss einmal komplett ein. Kannst natürlich in dieser Zeit, in diesen 10, 15 Sekunden, wo er komplett regungslos ist, unglaublich viel Schaden verursachen. Du füllst die ATB-Leiste, du kannst dich in der Zeit gegebenenfalls heilen oder ähnliches. Du hast wirklich alle Möglichkeiten, dann diese Zeit zu nutzen, wenn er hier einmal komplett still steht. Extremst mächtig, wie gesagt, gegen Großteil der Bosse ist es möglich. Wenn du hier mit einem Boss Probleme hast, auf schwer, würde ich dir das Ganze empfehlen. Probier mal die Zeit aus. Er ist normalerweise zwar ab dem zweiten Mal immun, aber auch das erste Mal, wenn du ihn hier einmal komplett einfreezt, kann es auf jeden Fall ein absoluter Game Changer sein. Vierte Materie, die ich dir empfehlen kann, ist eine Zusammenfassung. Einmal das Gebet und einmal Chakra. Was macht die Materie ja so mächtig? Ich hatte hier schon mal ein separates Video zugemacht mit meinen 8 Tipps auf schwer, wie du hier wesentlich besser die Kapitel auf schwer beenden kannst. Da habe ich auch schon mal über Chakra und über Gebet gesprochen. Du hast natürlich hier das große Problem auf schwer, nicht nur die Bosse, sondern auch, dass du oftmals zu den Bossen auf schwer kommst mit wirklich minimal MP. Du musst dir wirklich MP sparen. Du musst immer überlegen, was du hier machst. Und Gebet und Chakra sind die einzigen beiden Materie, wo du keine MP verschwendest. Du kannst normal hier mit den ATB-Leisten heilen. Chakra eine ATB-Leiste, Gebet dementsprechend zwei ATB-Leisten. Dadurch ist die Heilung aber auch deutlich stärker als bei Chakra und es werden alle Mitglieder geheilt. Alle auf einmal. Funktioniert dann ähnlich wie mit der Amplifikation. Also eine extremst mächtige Materie. Wenn du hier MP sparen möchtest, beziehungsweise musst, auf dem Durchgang auf schwer, sind diese beiden Materie hier ein absolutes Must-Have. Versuch dich wirklich nicht mit der normalen Heilen-Materie zu heilen. Dort verbrauchst du immer MP. Das Ganze ist oftmals eine Verschwendung. Versuch hier wirklich immer Gebet und Chakra zu benutzen. Das Ganze wird dich auf dem Durchgang auf schwer extremst nach vorne bringen. Die fünfte, sechste und siebte Materie fasse ich mal zusammen. Das ist der TP-Boost, MP-Boost und der Magie-Boost. Ganz klar extremst mächtige Materie. Normalerweise wird es in den meisten Builds immer so sein, dass du zweimal den TP-Boost ausgerüstet hast. Gerade mit den beiden Mädels, wo du schon relativ nah dann am TP-Maximum bist. Mit Cloud, mit Barrett wirst du sogar das TP-Maximum erreichen. Wenn du zweimal den TP-Boost ausrüstest, ganz klar, erklärt sich alles von selber. Du kannst natürlich viel, viel mehr Hits einstecken. Du kannst den Kampf so hinauszögern, wenn es mal brenzlig wird. Nützt dir wirklich gegen die Bosse nicht viel auf schwer, hier mit 4.000 oder 5.000 TP zu starten. Das ist viel zu wenig. MP-Boost auch ganz klar, wenn ich den mal hier rausnehme, komme ich sofort von 122 runter auf 84. Ist natürlich viel zu wenig. Man braucht hier schon eine Menge MP. Gerade bei den Boss-Fights sieht dann der Build eigentlich immer so aus bei den verschiedenen Charakteren. Dass jeder dann zweimal den MP und zweimal den TP-Boost ausgerüstet hat. Brauchst du auf jeden Fall. Ich kann dir auch empfehlen, den TP-Boost und den MP-Boost jeweils sechsmal komplett auf Max zu haben. Kannst du an den verschiedenen Verkaufsautomaten erwerben. Solltest du sechsmal komplett ausleveln, brauchst du definitiv auf schwer. Magie-Boost findest du leider nur zweimal. Ich habe eine immer mit Eris ausgerüstet. Ganz klar, Eris hier mit den stärksten magischen Attacken. Du führst extremst magische, extremst starke magische Attacken mit Eris aus. Hast einen unglaublich hohen Wert. Kannst so den Bossen auf schwer extrem großen Schaden zufügen. Also hier TP-Boost, MP-Boost und auch der Magie-Boost. Ein absolutes Must-Have auf schwer. Achte Materie ist der Erstschlag. Ganz klar, absolut unverzichtbar aus meiner Sicht. Mit dem Erstschlag hast du dann sofort die ATB-Leisten gefüllt. Solltest du normalerweise auch mindestens mit einem Charakter ausgerüstet haben. Du kannst hier den Boss oder auch die verschiedenen Gegner, gerade auch wenn du auf dem Weg zu den verschiedenen Bossen auf schwer bist, sollten eigentlich alle immer den Erstschlag ausgerüstet haben. Du kannst hier die Gegner sofort unter Druck setzen. Du kannst sofort mit Cloud beispielsweise einen Impulshieb oder ähnliches starten. Du kannst auch mal heilen direkt mit Chakra oder mit Gebet, wenn du ein bisschen wartest. Also Erstschlag natürlich hier absolut essentiell. Auch auf schwer solltest du definitiv mal mindestens mit einem, wenn nicht sogar mit allen Charakteren ausgerüstet haben. Neunte Materie ist das effiziente Blocken. Eigentlich sogar meine absolute Lieblingsmaterie, muss ich sagen. Was macht die Materie ja so mächtig? Es ist einfach so, gerade bei den verschiedenen Bossen auch schwer, musst du einfach manchmal ein bisschen leiden. Du bist relativ defensiv. Du musst hier die Angriffe vernünftig überstehen. Und wenn du dann mit dem Charakter, gerade den Charakter, den du aktiv steuerst, relativ viel beispielsweise klaut, wenn du dann das effiziente Blocken ausgerüstet hast, siehst du hier, der erlittene Schaden beim Blocken wird stark verringert. Und du hast zusätzlich noch einen hohen ATB-Aufladungsboost. Du verringerst einfach den erlittenen Schaden. Und wenn du blockst, wirst du sehen, dass die ATB-Leiste sehr, sehr schnell in die Höhe schießt. Und wenn dann einfach der Boss kurze Zeit still steht, beziehungsweise gerade keine Attacken ausführt, kannst du dir eigentlich immer sicher sein, okay, ich habe mindestens eine ATB-Leiste voll, vielleicht zwei ATB-Leisten. Kannst du ihn direkt mit magischen Attacken unter Druck setzen oder gegebenenfalls mit einem Impulshieb, mit einem Schwertsturm. Also das effiziente Blocken, gerade durch die verschiedenen Spielmechaniken, gegen die verschiedenen Bosse auf Schwert, also teilweise wirklich regelrecht ausrasten. Du nichts anderes machen kannst in Teilen des Kampfes, als einfach defensiv abzuwarten, zu blocken. Absolut wichtig. Sollte auf jeden Fall mit dem Charakter mindestens ausgerüstet sein, den du sehr, sehr viel steuerst. Zehnte und letzte Materie, die ich dir empfehlen kann, ist natürlich die absolut mächtigste Materie mit weitem, weitem Abstand im ganzen Spiel. Das ist die Amplifikation. Ich habe es hier exemplarisch mal mit der Heilen Materie ausgerüstet. Du hast hier einen Flächeneffekt. Natürlich sollte die Amplifikation immer mit einem Charakter ausgerüstet sein. Sollte immer, je nachdem, welchen Boss du gerade bekämpfst, gegebenenfalls ein bisschen variieren. Der Klassiker ist natürlich die Amplifikation in Verbindung mit Heilen, wo du wirklich mit einer einzigen Ausführung alle drei Charaktere heilen kannst. Gerade wenn die Amplifikation in Verbindung mit Heilen mit Eris ausgerüstet ist, hast du hier wirklich mit einem einzigen Befehl, mit einem einzigen ATB-Balken, deine komplette Part hier komplett geheilt. Dadurch ist die Materie ja natürlich die mit Abstand beste im Spiel. Es muss hier aber nicht immer unbedingt die Heilen Materie sein. Ich beispielsweise habe es auch mal sehr, sehr oft verwendet mit der Barriere in einigen Fights. Kannst du auch sehr, sehr gut kombinieren. Dann hast du mit einem einzigen Befehl, kannst du auf all deine drei Charaktere den Wall anwenden, wodurch dann der physische und der magische Schaden ganz einfach halbiert wird. Gerade in etwas kürzeren Boss-Fights vielleicht oder in Boss-Fights, wo die Bosse extrem starke Attacken ausführen, wie beispielsweise Bahamut fällt mir jetzt spontan ein. Kann auch die Barriere in Verbindung mit der Amplifikation extremst mächtig sein. Probier da ein bisschen aus, überleg ganz genau, mit wem du die Amplifikation ausrüstest und natürlich mit welcher Materie du die Amplifikation verbindest. Ist hier der absolute Game-Changer in so ziemlich jedem Boss-Fight auch auf schwer. Deshalb ist die Materie ja so mächtig und du solltest natürlich immer und zu jedem Zeitpunkt im Spiel die Amplifikation hier verbunden haben mit einer ganz bestimmten Materie, die dir dann genau zu diesem Zeitpunkt weiterhilft. Ja, das waren meine Top 10 Materie, die ich dir auf alle Fälle empfehlen kann auf schwer, die mir das Leben extremst vereinfacht haben. Wie immer, wenn dir das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich über ein kostenloses Kanal-Abo oder auch über ein Like tierisch freuen. In diesem Sinne, mach's gut, bis bald und tschüss! Bis zum nächsten Mal.